Ja, jetzt wieder eine Läuferung von uns mit der Wünste und der ist Katharina Hoffmann. Wie gesagt, ich bin gerade wieder der letzten Läufer, das habe ich mir heute schon gesagt. Heute wird es nicht ganz so weiter vorne gehen, wenn ich abgesehnte, nach vorne sich und rot. Aber jetzt sind wir ja schon da, die Magel noch davon, es ist nicht zu verdrängen. Auch die Maschinen.